Wie kommt euer Lieblingsfutter eigentlich in die Regale unserer Märkte? Dahinter steckt ein ausgeklügeltes System. Wir schauen heute hinter die Kulissen des größten Tierwarenlagers Deutschlands und zeigen euch, wie unsere Mitarbeiter dafür sorgen, dass alle Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort für euch verfügbar sind. Nachschub für den Shop hinter den Kulissen von Fresnap. Auf 60.000 Quadratmetern Logistikfläche hat im Zentrallager in Krefeld nur eine Frau das Sagen. Lydia. Ähm, nee, das ist nicht Lydia. Damit 250.000 Verpackungseinheiten auf 3.000 Paletten pro Tag kommissioniert und versendet werden, bedarf es einer großen Übersicht und klaren Ansagen. Mit Ansagen kennt sich Lydia aus. Lydia Voice ist eine Spracherkennung mit künstlicher Intelligenz, die unseren Mitarbeitern alle Bestellungen aus den Märkten vorliest und angibt, von welchem Platz welches Produkt in welcher Menge genommen werden muss. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter durch den Einsatz von Technik dort, wo es möglich ist, um die körperliche Belastung auf ein Minimum zu reduzieren. Wir nutzen Lydia Voice und besonders bemerkenswert ist die herausragende Qualität in der Spracherkennung. Wir haben es geschafft, die Leistung um 10% zu steigern und gleichzeitig die Fehlerquote zu halbieren. Alles gepackt? Schon erkennt Lydia, dass die Position abgeschlossen ist und weiter geht's zum nächsten Lagerplatz. Trotz dieser smarten Logistiksysteme sind die Mitarbeiter in den Logistikzentren von Fressnapf unersetzbar. Denn täglich sorgen mehr als 13.000 Menschen aus über 50 Nationen dafür, die Lieferkette von Fressnapf zu optimieren. Stillstand ist ein Fremdwort in der Logistik von Fressnapf. Unsere Mitarbeiter in der Logistik stellen die gesamte Versorgung aller Märkte sicher. Wir geben jeden Tag alles dafür, unser Kundenversprechen zu erfüllen. Wir bieten hohe Warenverfügbarkeit und Zustellqualität zu günstigen Kosten, damit unsere Kunden die Produkte finden, die das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher machen. Was mich bei Fressnapf besonders begeistert, ist die Motivation der Mitarbeiter. Das Strahlen der Mitarbeiter, die hier täglich kommen und alles dafür tun, unser Kundenversprechen zu erfüllen, macht mich glücklich. Getreu dem Motto Happier Pets, Happier People. Arbeiten alle Mitarbeiter bedingungslos kundenorientiert und denken gerne um die Ecke, um 1600 Märkte von Dänemark bis Italien mit tierischen Produkten zu versorgen. Wollt ihr weitere Einblicke hinter die Kulissen von Fressnapf haben? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr schon immer über Fressnapf wissen wolltet. Auf Wiedersehen und bis bald, behind the scenes, euer Fressnapf-Team.